Ton und ein bisschen Pick und Bun Komm, Mark Wolf, es führt 1-0 gegen Maus Die Wölfe haben die Mäuse getötet, war nicht schwer Die Buns sind immer noch crazy Syndra, TF Korki, Lulu Gangplank, wenn wir das jetzt schon wieder sehen Ari habe ich vergessen Ich konnte Yari vergessen Kommst du zu den Gamer Days in Leipzig Was sind denn die Gamer Days Haben wir nicht schon genug mit TubeCon, GamesCon Con, ComicCon DreamHack Leute Maxim, wie groß bist du? Ich bin 1,83 mein Hase So, hier seht ihr die Buns, die sind alle Midlane fokussiert Holy Shit GP fehlt jetzt noch Zumindest war der vor uns gebannt Vielleicht lassen die den jetzt auch open Open mit Ich merke, ich werde langsam aggressiv Wenn ich aggressiv werde, dann Ja, da ist er Wenn ich aggressiv werde, dann werde ich immer böser Die Musik macht mich auch aggressiv Lass uns die Adresse rausfinden und ihm eine Pizza bestellen Sherlock und Awakes So, Kopenhagen Wolves nimmt den guten Alistar Kann ich verstehen Alistar ist ein cooler Pick Da sehen wir auf der anderen Seite wieder Braum Das heißt, entweder wird jetzt Kalista kommen oder ein anderer cooler AD Carry und Braum als Support Dann haben wir wahrscheinlich Gragas Oder an irgendeinen Jungler, der eine Antwort darstellen soll Wie zum Beispiel Rek'Sai oder Nidalee Nidalee So, und dann Was haben wir dann? Dann mal mitleinen Hoffentlich nicht Six Six hat mir überhaupt nicht gefallen Six war ganz schön Lame Oh, Fiora Gehen wir auf den Split Push Gut Sehr cool Was ich mich über das Freund Fiora wäre definitiv cool Wird definitiv cool Kalista nun dabei Haben wir auch jetzt schon gesehen Kalista Kalista wird jetzt quasi Alistar weggenommen Und wenn Kalista geförstet wird Kalista und Alistar weggenommen Und jetzt ist Jetzt nimmt man quasi Alistar die Kalista weg Das heißt, wir nehmen Wir sehen jetzt einen Toplaner zuerst Was ja sehr seltsam Das heißt, Kopenhagen Wo es kann lange überlegen Was für Toplaner sie gegen Fiora schicken wollen Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten Du kannst entweder sagen Nimmst Malphite Und sagst Lose the lane Win the game Na, wenn du hart engagest Du nimmst Poppy Und sagst dir Lose the lane Win the game Na, so Oder später wirst du auf jeden Fall losen Und hast aber einen besseren Engage Wir haben leider noch nie gesehen Dass gegen eine Splitpush-Kombo Ein anderer Splitpush-Temming genommen wird Zum Beispiel Jax Jax Gesnowballt GG Na, das ist übel brutal Übelst guter Solo-Dude Das sehen wir nicht Wir sehen jetzt Hier oben einen Tank Hier Irgendeinen ADC Ja Jungler und ADC müssen jetzt kommen Mitteln? Die zeigen die Midlane Oh, das ist los Sag einfach mal die Midlane Why? Normalerweise verdeckst du deine Midlane Auf der blauen Seite So ein Beastian Außer es ist ein OP-Pick Victor ist nicht OP Okay Victor ist gut Aber es ist nicht so Dass ich sage Totaler Abuse Wenn man diesen Champion nimmt Thrash wurde jetzt eingeloggt Das bedeutet man kann jetzt hier Auf der Mausportseite Noch einen Jungler nehmen Und die Midlane Noch verdecken Aber sie wollen wieder Total crazy sein Aber ich würde jetzt Also sie müssen jetzt Einen Jungler nehmen Als nächstes Und sie haben noch eine Auswahl Sie können sagen Ich kann auch Gragas nehmen What the What? Also ich meine Wenn die Midlane schon feststeht Dann kann ich auch Lux nehmen Das ist verargumentierbar Udia Gut ist doch ein Gangler geworden Mausport sagt sich Wir gehen Full in A-Mode Mit dem Solo-Q Udia Übrigens 57% Winrate gerade Udia 57% Das ist sick Das da unten Finde ich sehr cool Also Kitten ist total okay Kitten ist nichts besonderes Kann Kalister Mann Anfang dominieren Später haben sie ja Ein völlig unterschiedliches Konzept Aber sie sind Zwei sehr gute Chimian Oder nehmen sie Evolution für die Langeweile Evolution kann man immer nehmen Aber Ramos Ist eine ziemlich coole Idee Ramos ist eine sehr gute Idee Weil er Wird halt gegen Fiora Sehr lange Stand halten können Hat zwar nicht so Eine krasse Kill Pressure Die ist quasi Non-existent Aber Er kann wunderbar Gegen sie halten Und ich glaube Um einiges länger Als seine Kumpane Er kriegt zwar trotzdem Den absoluten Schaden ab Das ist halt super ätzend Aber das ist halt so Hat aber jetzt schon Drei Champions Gegen sich Die viel mit Autotechs arbeiten Sie werden nicht sehr AP-lastig Nicht sehr AD-lastig sein Weil zum Beispiel Der da wird mit Rudi wahrscheinlich Gespielt werden Und auf Phoenix gehen Auf den Phoenix Lux hat man jetzt Trotzdem genommen Lux Lux ist jetzt nicht so Krass gegen Ramos Also wenn Ramos gut Telegangt Wobei er hat Er geht aktuell noch Auf Flash Äh aktuell noch Auf Flash Wenn er Telegangt Das geht aber 20 Minuten halt Besser Dann kann man So eine Lux Schon sehr gut abholen Bleibt auch bei den Ja er muss das TP Ohne TP geht gar nicht Top lane Nicht competitive Aber Twitch ist Natürlich crazy Twitch wird nie gesehen Okay Twitch wird nie gepickt Das Spiel hat auch Keine Bedeutung Für beide Teams Deswegen kann man mal Was testen Und was ausprobieren Was ich ganz cool finde Twitch hat auch Einen Twitch hat auch Eine gute Mechanik Und zwar Wenn Ramos reinrollt Wie ein Geisteskranker Das haben wir Da haben wir gesehen War sehr erfolgreich Bei Das Atom Ja das Atom In der letzten Woche RCS Der perfekte Champion Of Ramos Der hat immer mehr Den Skill decreased Eigentlich seltsam Dass er nicht Tom Kinch gespielt hat Aber er war glaube ich Voll wie gut gebannt Fakt ist Dass das Atom Immer reingerollt ist Und E E Erdbeben Na und dann Hast du deine Aufgabe Quasi schon gemacht Und hier ist es nicht schlecht Bei Twitch kann man der Ultimate folgen Twitch macht die Ultra Und hat übelste Range Muss nicht in die Gefahrenzone reingehen Weil es gibt ja einige Gefahrenzone Aber wenn Udia einmal vor Twitch ist Der wird Twitch einfach die Seele wegballern Gleich geht auch für Fiora Aber Sollte er sicher stehen Kann er komplett durchulten Und er kann vor allen Dingen Quasi auf den Auf das Ziel gehen Was mit dem Taunt belegt ist Also Rüstung geschreddert Und es spottet Bla 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 Und er penetriert den Rest Das heißt Selbst wenn die Tankline Vor ihm stehen sollte Wird sie trotzdem weggeballert Das ist gut Na Twitch Twitch kann man immer für argumentieren Okay Pinoy ist anscheinend Twitch Main Aber Twitch ist die Tausendmal schlechte Gereksai Die beiden sammeln Stacks Auf dem Gegner Rekksai macht E Und Atomexklusion Und er macht E Und passiert einfach gar nichts Weil so hart gecappt ist Oh Gott Nö, nö, nö Nö, nö, nö Solange wir in der Midlane bleiben Muss ich leider um Newton Weil Lux Lache ist die schlimmste Lache Auf diesen ganzen Planeten Nö So Der Dan Hat sich schon den Alles klar Gut Rekksai Kalista Rekksai Kalista sag ich schon Kalista und Thrash Klassische Kombo Die ist halt immer gut Kann man definitiv Spielen Beide können sich gegenseitig retten VCC zur Verfügung Gute Kombo mit dem Mit dem Knockup Also mit dem Fates Call Kann man schon Alles machen Wir haben den Langswap Auch keine schlechte Idee Kann man gegen Fiora Machen Sollte man machen Beide Toplayer Schwächen sich dadurch Aber eine Fiora zu schwächen Ist einfach ein Riesenunterschied Als wenn der Ramos Schwächst Weil er Kauft sich einfach nur Stoffrüstung Und so P Und Der Gute Gute Inso muss natürlich Sehr viele Items bekommen Und Ramos hat übelst gute Ramos hat glaube ich Der Champ ist der Mit die besten Base Stats bekommt Nicht so dass er 4 AD bekommt Weil er Rüstung halt In AD umwandelt Partiell Sondern die W-Fähigkeit ist Gold Value Technik gesehen Brutal Okay Die ist halt So viel MR Und Markiere Das ist schon stupid So wie neu Er ist an der hand Yeah Alba P Und es tickt Tick May Ja ich glaube wir müssen ein bisschen leiser machen Das wird das Spiel immer lauter Bisschen Eindruck Aber hey 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 St.Uxelot nervt wieder so gut er kann Denke ich hier Richter Adresse Letztes Spiel kommen wir ja auch Und beobachten Wie dermaßen entscheidend das ist Und den Gegner auf die Sogenannten Ketten zu gehen Ah das ist wirklich sehr sehr wichtig Die Nudeln aber fleißig dabei Damit wie gesagt Den großen Vorteil Dass sie hier zu zweit arbeiten Und damit Vor allem jetzt ist es Felix Uli Und Felix Uli ist halt echt flott Und er ist halt alles andere als langsam Und das ist natürlich Nicht Schlecht Oh Definitiv Nicht schlecht Mitteln bleibt noch entspannt Wobei man sagen muss Dass hier bereits Viel Schaden angerichtet Äh Viel Farmen Geholt wurde Von Zoran Also großen Abstand 18 zu 10 Also wirklich viel Also Felix muss da definitiv Mal die Triadosen anziehen Laneswap Nein Die nächste Wave ist unterwegs Auch der Udia Machen zwar aktuell Noch nicht so viel Schaden Jetzt ist er vom Schaden Ja gut dabei Und auch Ramos Ist not bad Ramos hat halt Ziemlich gute Base-Werte Der Passive Kann man definitiv mitarbeiten Und Savix Eieiei Der verliert hier Vasallen Ohne Endert Wenig Mana Wenig Das Problem ist halt Du verpasst Vasallen Das heißt mit Dorans Ring Automatisch Du hast weniger Mana Ist ja nicht diesen Bonus Top lane Turm ist aber gefallen Mittlane Gang Schöne Cocoon Das QSS Und das Plans hier eher Sofort eingesetzt Ganz sauber Geht er raus Ist beim nächsten Gag Immer noch mit dem Flash Ausgestattet Also war denke ich hier Die vollkommen Richtige Entscheidung Turret wird es genommen Ein bisschen verzögert Das findet ihr euch auch zu Gewissen Nachteilen Oh Pinoy Der ist da Oh Der Stun kam trotzdem durch Pinoy So mit dem W Und dem hier Kommt erstmal davon Und Pinoy Du bist ja so ein bisschen Alone in the Dark Du hast schon ein paar Sperre gesammelt Schöner Knock Das war's Der Stun Pinoy überlebt das Und Nadeus Wird ebenfalls fallen Die Sperre war nicht genug Sir Nuxalot Der Mouthfight unter den Supporter Kommt da einfach dazu Schön gemacht Kopenhagen Wolves Hier mit zwei weiteren Oder zwei Kills Nun insgesamt Und haben dann natürlich Auf dem Die richtigen Person Das Ganze gegeben Da sehen wir nochmal Die Verspottungsmechanik Beide könnten Ja der Trade ist schon nicht Oh Beansu geht in die Basalenwelle rein Das ist nicht gut Leider ist den Trade Sofort verloren Aber Wicked wird lange Durchschalten Wicked ist ja das Atom Der Challenger Series Deswegen kann man da gut arbeiten Aber das war stark Das W Dem Heal War natürlich zeitlich Nicht optimal Ja das ist im Tor Natürlich komplett Von Bplay runtergenommen Weil es voll so gesackt hat Aber das war krass Sofort hochgeworfen Beansu hat auch kassiert Holy Shit Hat er viel Schaden bekommen Pinoy übersteht das Ganze Dangerous Game Und Level Up Machen natürlich das Überleben Einfacher Sehr sehr gut Flash Oh der Dash Kam nicht richtig durch Das heißt Beansu hier Brutal im Fokus Der Powerball Putz Und er ist Oh er ist Ziemlich lange am Leben Starkes W Aber es reicht wahrscheinlich Nicht aus Nach 1 Q Und er ist down Gut Schade Popade Aber Du hast natürlich mit Ramos Einen Champion Der unglaublich viel CC hat Das ist ein guter Gang Partner Gegen AD Champions allgemein Weil er macht Den halt ziemlich viel Schaden Aber es ist ein guter Gang Partner Weil Powerball ist super nice Schöner Knock Up Schöne Verlangsamung Das E natürlich auch Und Eine Elise Die Kills bekommen hat Und generell Elise Nein Er macht halt Übelsten Damage Deswegen ist das Total okay Gott sei Dank Er wird sich hier Vertreiben Und ändert den Level Nachteil Jetzt kommt der dreckige Dan dazu Kann aber wenig machen Außer hier die Lane Kurz an zu pushen Was natürlich Lux Wieder Ähnlich treuert Aber hey Kann man machen Oh Synux Was sind Level 3 Erst Oh Der ist so tot Der ist einfach Tod des Todes Der hat überhaupt Keine Chance gehabt Nein Der Lane Stop Kommt für Maus Aber immer noch Sauber durch Also die Kriegen es hier Ganz gut hin Zumindest die Bot Lane Rasiert Obwohl der Twitch Die Kills Bekommen hat Oh Flash Hoogart Gesessen Pinoy Masjute Du bist Dauernd Wurde es einfach Weckert Wigits Teleport Run My son Run Noch keine Schuhe Oh ja Getanzt Wow Jetzt so tot Ja das war gut Wigit Und mit gut Meinen ist es war Extrem schlecht Ja da würde ich Einfach genau Da lang rollen Du Sohn Was ist das denn Danke Wigit Das ist das Atom Das Atom Der Challenger Series Gigi Ja Gigi Aber das ist cool So bleibt es spannend Mausboards also Noch nicht Verloren Obwohl es hier oben Der Top Lane nicht gut geht Hat Wigit Das ist wunderbar Ausgeglichen gerade Das ist wirklich Also ich muss sagen Deswegen Kaste ich Challenger Series Für die Challenger Series Big Place Starring Wicked Der No Item Teleport Gegen drei Mann Bot Lane Into Powerball Into Hook Das ist doch Nicht mehr normal Er geht auch ziemlich viel Stoffrüstung aktuell Was ich ein bisschen Seltsam finde Ich finde das beste Ramos-Bell ist immer noch Barmys Kombiniert Mit Dem Ähm Don Panzer Scheint hier bei Don Panzer First zu gehen Was ich nicht so gut finde Weil du brauchst trotzdem HP Ah HP ist gut Aber hier sind natürlich Abortige Defensivwerte Und der prozentuale Schaden Macht sich halt Man sagt halt Er macht sich nicht so bemerkbar Aber es spielt halt keine Rolle Ob du viel oder wenig Prozentualen Schaden bekommst Es ist eh absolut Also es spielt keine Rolle Da habe ich lieber trotzdem mehr HP Für die Outletags Also für die restlichen Nicht für die Schwachstellen Outletags Naja Der Dan nimmt den Blue Buff Sagt sich Sebex Dem geht's Blenden in der Mitte Drachen wird jetzt auch gemacht Kalista sollte man sowas auf jeden Fall Sehr sehr schnell Erledigen Und Ripperoni Ziehen die ihn bei knackigen 500 raus Überhaupt Kein Problem Okay Sorry Einfach mal halbe AP verloren Ich frage mich ob er jetzt auf Das Auf das Höllenzepter geht Weil gegen Dan ist auch nicht schlecht Wo die macht viel magischen Schaden Höllenzepter ist auch immer eine ganz gute Wahl Und jetzt heißt es Geduldig sein Ganz leise Wird man Wird man ihn heimlich reinwerfen Das könnte man nicht auch machen Man kann mit der Ultimate Engagen Aber es sieht man Hat noch keine Box Kein Ultimate Bin sehr gespannt Bin neu Bin neu Sei vorsichtig Setz deine Nase ein Der ist noch der Top In Wienso verliert Fast dem 1 gegen 1 Ohne die Victory Zone Ohne den Gang Oh der Gang kam Oh der Flash Oh der Red Buff Oh der Halter noch gegen Potion OP Aber cool Der ist noch lange nicht fertig Zack Wow Das war smooth Super schnell mit den 3 Boots Und dem Eterhauch Hast keine Chance zu entkommen Nadeus unterdessen mit Problemen Gift Sofort aus dem Körper gezogen Das hat sich also gelohnt da zu warten Wird jetzt hier einfach auseinander genommen Kleider sein Rausziehen Wider Der Fokus ist aber ganz anders Kein Problem Kommt also weg Kuo wieder hier Am 2 gegen 1 Diesmal Der Der kassiert Ist down Das macht hier Also Kuo Ist halt echt nicht schlecht Hier gerade unterwegs Ja es ist wirklich Don Panzer First Bei Wicket Das ist natürlich super toxisch Ja Ich meine jeder einzelne Auto Attack Tut jetzt sofort weh Und das auch ohne das weh Na Steht er Alles klar Kuo jagt einfach Den Kollegen bis nach Twisted Treeline Finde ich sehr gut Ah der ist aber auch super schnell Na Eterhauch und 3er Boots Selber OP In der Spinnenform So flott Ich hab keine Chance Mit den Tyrell wird jetzt ebenfalls genommen Also Kopenhagen Wolf Und Mausboards Die prügeln sich hier noch So ein kleines bisschen Aber Botlane Kommt nur langsam zurück Das Ghostblade Build Bei Pinoy Hat jetzt auch Ein Klang gefunden Ja es klappt hier Sehr sehr gut Ja Kopenhagen Wolfs Hat gute Karten Da Ich würde gerne wissen Was auf der Botten passiert ist Was haben die da unten falsch gemacht Dass sie so hart engaged wurden Ey das ist das natürlich Ein kranker Dude Aber da kann halt Überschuld auf Nadeo Sich drauf stürzen Jetzt das 2 gegen 1 Oh der Dan Der bleibt erst kalt stehen Wicked da mit dem Powerball Diesmal rennt er nicht in den Hook rein Sag ich mal Sondern sagt sich Nope Ich bleib hier ganz cool Der ist die große Crack Jetzt aber von Kuo gemobst Wicked Der hat halt so wenig Leben Der Hook ist da Sie können ihn nicht fokussieren Denn der schlägt zurück Erdbeben auf 3 Mann Jetzt kommt nochmal Danadeus dazu Victory Zone wurde aufgebaut Und niemand fällt Double Kill hier Für die Gute Kalista Da Da lang geht's Zeigt ihr seinen Speer Ja es ist ein Hin und Her Es ist ein ewiges Hin Und Her Jetzt kommt Zorin nach oben Hat Philippine Quartz Den würde zuerst auslöchen Süden würde ihn kurz sehen Hook ist sofort da Aber wird CC folgen Sieht nicht so aus Der Damage Er hat noch seine Ultimate Aber will sie wahrscheinlich Auf 2 Mann ballern Oder auf Nadeus Butz Da ist sie Der Powerball Kommt da Oh jetzt sind sie beide da drinnen Getauntet ist der Junge Wirt hier Oh der überlebt halt nur mit einem HP Aber Zorin Der ist schnell Double Kill Insgesamt Es ist eine Clown Sie ist da Definitiv Jetzt Pinoy Der hat 3-1 Twitch Gut Okay Gekautert durch den Busch Konnte ich nicht sehen Ja Jetzt wird er sterben Time to Say goodbye Der Udi ist da Und poliert ihr die Schnauze Zerbex Ja gut Er ist halt sofort tot Na der hat halt Er hat halt nur Chance Also das ist ein Game Wo ich sage Es könnte auch genauso Um Solo Q sein Wo ist kein Unterschied Wicked geht noch mehr Armor Anstatt HP Ist okay Ist ein gutes Recht Bei Lux macht er aktuell Noch keinen Schaden Und der Herald Ist nun als nächstes dran 1.000 Gold Vorsprung Hat Koppenangwurfs Drei Türme Insgesamt Türme sind glaube ich So der entscheidende Faktor Gerade Weil vom Gold her Gold her ist ja Superschwer zu sagen Die ADCs Die killen und sterben Die ganze Zeit Wo so ein ewiges Hin und Her Aber hey Matthäus Der ist schon wieder Auf dem Weg nach oben Wicked Oh Das ist jetzt gefährlich Weil Wicked Macht jetzt sein W an Tauntet ihn Und schaut euch den Damage an Das ist nur Das war nur Ramos gerade Und hat ihn fast Getötet Joa Läuft Jetzt hat er sogar Ein bisschen AP Dazu getan Gott sei Dank Aber war close Aber wirklich Sehr sehr close Und das muss man dazu sagen Obwohl er Blade hatte Blade heilt Einfach überhaupt nicht Oder Heilt schon Das bemüht sich Aber Er hat ihn beinahe mitgenommen Und deshalb das lustige An Ramos Ich glaube ich für den Morgen nur Top Die ganze Zeit spielen Aber einfach nur Stumpf ist Bekannter Meise Bekannterweise Bekannter Meise Kann man auch sagen Pumpf Gut Der nimmt noch fleißig Am Farm Der steht 215 Also er kann auf jeden Fall Den Report Button drücken Das ist definitiv Nicht schuld Ebenfalls bemüht Also die Jungler Versuchen ihren Auftrag Zu erfüllen Sind aber aktuell Auch nur punished Wenn jemand einen Fehler macht Rippen sie ihn um Und mit Udiah Ist das wunderbar möglich Das ist auch Teamplay hier Dreckiger Dan Sagt sich Joa Du hast doch einen Kelch Du brauchst das nicht Cebex Der ist Ah Tot Der wurde ausgelöscht Vorverländen Doch eine gute Entscheidung Stell dir vor Er wäre jetzt mit Blueauf gestorben Das wäre super ärgerlich gewesen Aber diese sneaky Ult Äh nicht Ult Sondern Unsichtbarkeitsmechanik Kommt halt Pinoy gerade sehr entgegen Kann das mir mal auslösen Schönes Gravitationsfeld Kann man erstmal nicht durch Binzu Da aufpassen Schöner Knockup Ah der Flavor Katastrophal Und Adeus Entkommt dem Laser Aber nicht dem Gift Pinoy kriegt schon wieder Die Reichweite Ist natürlich absurd hoch Autotag jetzt aber nicht Sondern Was 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 Achso Er will da einfach wegkommen Von ihm Alles klar Oh das war auf jeden Fall Super close Ah da ist er down Gut Ludens Echo Keine Chance für ihn Wicked Im 1 gegen 1 Gewinnt das Weil Dornpanzer Und weh Der hast halt null Chance Wurde ja Beinah kaputtgebebt Fiora hat dann Nicht die nötigen Items Sie hat noch keine Hydra Sie hat noch keine Möglichkeit Richtig viel Leben gegen zu heilen Vor allem mit der Passive Weil Fiora Skate mit Items Ihre Passive Ist davon abhängig Wie sie einen Bonus-AD Sie hat Und du mehr Bonus-AD hast Also mehr Items Hast du auch mehr Damage Mehr Heilung Mehr Utility Alles mehr Aber der Dan Der rennt da einfach rum Und vernichtet die Leute Das tut mir halt Muss ich aber dazu sagen Das ist ein Twitch Der wirklich gute Stats hat Aber wird einfach umgerannt Das einzige was er Twitch Nicht hat ist Farm Der Farm ist gerade katastrophal Aber du merkst es ja Dass wir hier uns In einem riesigen Zirkuszelt befinden So Hier nochmal die Mechanik Bindung hat vor allem auch gesessen Da kann der nichts gegen machen 0,0,0 So Aber jetzt bin ich mal gespannt Der Udi rennt jetzt einfach Gleich auf sein Face drauf Und ich bin gespannt Was Pinoy da so machen kann Das wurde mir so gemacht Von Sean Juxelot Und der Deus einfach Instituiert ist So Pinoy Ach der kriegt halt auch Damage Durch das Smite Heilt jetzt hier nochmal gegen Wollte nicht in die Wall reinlaufen Läuft nach oben Läuft halt immer noch nach oben Jetzt ist er unsichtbar Und Dan Dan kann er nicht Über den Phoenix so abholen Macht er halt AOE Schaden Was man jetzt hier gleich sieht Flasht drüber Und es brennt Naja Er macht den quasi Macht den einfach wie mit dem Sunfire Tod Delicious Ja Absolut Absolutes Top Match Kann man nicht anders sagen Mouseboards Kriegt jetzt hier nochmal den Drachen Immer noch 5000 Gold im Nachteil Aber sie haben starke einzelne Charaktere Und wir werden wahrscheinlich auch Ein Zero-Portal sehen Zero-Ink Sag ich mal Hook ist draußen Aufszenungsleute Auf die Laterne Pinoy Eieieiei Überlebt es nicht Nadeus Der muss die Minions angreifen Der muss sich gegen ein Weil das Gift macht absoluten Schaden Aber übersteht das Schöner Hook Das war gute Teamarbeit Mouseboards kommt da Also noch ganz gut weg Jetzt hier aber Wicket Der ist schnell Aber nicht schnell genug Wurde abgefangen von Dan Ganz wichtig Wicket aber sehr sehr resistent Nadeus kämpft hier gegen Vasallen Der muss sich da noch hoch ein Auf der Top-Lane Unter der oberen Hälfte Beanso um 1 gegen 1 Verliert Hier Ramos nun ebenfalls Da und Beanso super low Jetzt kommt Q Dazu Könnte abräumen Mit den Q's Na will noch nicht Jetzt geht er in die Spinnform Kriegt er auch den Assist Ja und Nadeus hat vergessen Wie die Base aussieht Double Kill nun insgesamt abgegeben Alles klar Aber der Shutdown natürlich die Hoffnung Und sie werden in die Gegnerische Base getrieben Triple Kill Penta-Gefahr ist da Jetzt zwar ist das Tunneln E-Kompi neu auch zur Stelle Aber der wird jetzt denke ich Einen abholen Der muss jetzt einen abholen Zack Oh der Wechsel ist fast nebenbei Oh Quadra Kill Ist immer noch möglich Run Beanso Aber es wird schwierig werden Man hört schon den Chat Es wird schon geschrieben Alter Komm her Wie schnell der ist Holy Shit Ah der hat 3-0 Boots 3-0 Boots OP Wobei da hat jemand Lunens Echo Ja es würde schon gar nicht mehr Als Penta zählen Weil die Leute schon wieder da sind Aber hey Why not chase Why not chaser Reno Und dann sterbe Reno Gegen Udi Warum ist die Kamera immer noch dort Alles klar Replay Gut Also P9 Der kriegt hier Damage Da merkt man welches Welches eh besser ist Halt hier wunderbar gegen Dangerous Game hat ihn auch nochmal 100 Leben geschenkt Das war wirklich gut gemacht Mit dem Hook hier Und das ist halt chaotisch Okay Das ist einfach Ein chaotischer Fight Wicked Wurde zwar wunderbar Von Dan auch aufgehalten Das war wirklich Nicht schlecht gemacht Kann natürlich nicht lange Gegen ihn kämpfen Zoran zieht sich da Wunderbar Der Flash Von ihm So war natürlich Interessant Aber hat jemand Der ihn den Tod beschert Weil er Eigentlich den Tod beschert Ja das ist natürlich Ein Replay Was wirklich Total uninteressant Total uninteressant Gut Blue Team Quadra Kill Oha Jetzt bin ich gespannt Jetzt ist das 1 gegen 1 Er hat nur Titanic W ist da Au Victory Zones Kann man poploppen Aber er kommt nicht weiter Das ist das Problem An Ramos Er kann nicht so gut chasen Also sobald seine Kugel raus ist Muss er halt sehr geduldig sein Der Initial Chase Ist natürlich super krass Und der ist definitiv nicht schlecht Aber ja Kann man definitiv Machen Sauron Der hat mittlerweile Wow Wie kann das 62 zu 38 sein How can it be Laser geht durch Schöner Damage Ja Mit dem Lootens Echo Natürlich nicht schlecht Absolut Solider Schaden Pinoy Jetzt wieder dabei Schöner Er stirbt ja sofort Sehr ehrlich gesagt Null Chance Null Komma Null Da müsste eigentlich Die Laterne kommen Dann die Kalista Ult Und die Lux muss die Laterne nehmen Während hier der Thresh Wegfliegt Jetzt das Oh der wird hier rausgezogen Schafft es aber trotzdem noch Pinoy on der Hand Und ich glaube das ist genug Tschüss Fällt hier durch den Red Buff Und durch die Passive Ja es ist ein Gurken Game Beansu bemüht sich zwar Hier auf der Top Lane Aber Midlane Turret Geht hier down Wicked Ist bereit Er hat noch keinen TP Aber er heilt sich nochmal hoch Hier ist dann vorher auch schon fertig Der Dan Der trollt ein bisschen SeaWorld Portal wurde bereits platziert Kann damit aber Kann aber die Botting So ein bisschen länger aufhalten Wien so auch bemüht hier oben Stress zu machen Und jetzt ist es Wicked da Powerball ist jetzt schwierig Reinsetzen Er läuft einfach He's on the run He's on the run Cute hier ziemlich spät Weil es sind viele Basalen Da jetzt kommt der Dan Muss ich da zurückziehen Jetzt auf der anderen Seite Die Spinne Aber der Teddy Kommt immer noch weg War auch kein Problem Was man von Beansu Wahrscheinlich nicht sagen kann Wie kann denn der so mobil sein Die Neue kriegt ihn jetzt aber Der Feed ist strong Mittlerweile auch Sein Hurricane fertig Ups I was hiding Kann aber nochmal wegflaschen Wicked nun auch On the run Was ist das hier für ein Game Hier weiß man überhaupt nicht Wo man hingucken sollte Das ist leider so bedeutungslos Kopenhagen Wolves Die können jetzt hier Auf sieben Punkte glaube ich Oder was kommen Wird ja schon für Huma Gefährlich am Ende Wicked Flasht alleine rüber Kommt aber mit dem wenig optimal ran Weil der Thresh hier im Fokus Der kassiert natürlich auch Übel zur Sorte Dan und Pinoy Im 1 gegen 1 Oh Pinoy gewinnt diesmal Und mit Gewinn meine ich Er stirbt Kommt hier In das Q Von Beansu rein Gemüht sich hier Den Indip zu machen Der oben steht nämlich noch Seedward Port Lade man auch stehen lassen Why not Ja Guck jetzt da Seedward befreit sich sofort Hat hier die Tower Agro Merkt man aber nicht Denn er ist Alistar Leute Leute was ist das hier Für ein Game Ich meine es ist ja nicht mal Solo Q Und Solo Q Hätten hätte ja schon Team World Surrendert Aber Der Wagen Na du nimmst den Wagen Und rollst einfach nur Komplett los Wir haben jetzt auch Übelste Items Bei Zoran fertig Rabadons Ludens Und den Heckscore Ja von Natur aus Das ist halt der Übelste Schaden Jetzt kommt Wicked dazu E und er ist tot Puts Keine Chance Schön gemacht Aggressives TP Play Um Dan abzuholen Dan Dan ist der Einzige Der Pinoy Übel auf die Ketten geht Der Einzige Der Pinoy die ganze Zeit tötet Ist Dan Jetzt kommt die Kalista Und überhaupt kein Problem Das 1 gegen 1 Da ist der Crit OP Er lebt dann immer noch Schön gemacht Und wenn es wenig ist Reicht der Crit Damage Trotzdem aus Wenn er hier In diesem Zustand 2 gegen 1 Auch gewinnt Das ist halt bei Kalista Das Problem Dass sie halt Hier Ihre eigene AD Bei Autotext Auf 0,9 drückt Statt 1,0 Damit sind noch die Crit Schwächer Das ist halt wirklich einfach Eine seltsame Mechanik Natürlich hat sie dadurch Um einiges mehr Mobilität Und er hat diese lustigen Sprünge Aber auf Kosten Des Gesamt-AD-Wertes Oder des AD-Wertes Der von Autotext Konvertiert wird Oh Outplayed Son Nicht der Victory Zone Verloren Aber muss er sagen Es war 1,5 Gegen 6,1 Und es war close Da sieht man mal Wie balanced Flora ist Sie hat nur 1,5 Items Wicked jetzt vom Laser betroffen Aber noch genug HP Das Ganze zu kompensieren Der Supporter will da raus Your Nukes A lot Your laser A lot Ist down Wer kriegt den Kill Natürlich der Udia Bodlin Turret Geht jetzt ebenfalls drauf Überhaupt Kein Problem Sehr würde ich mir wünschen Dass ich jetzt einfach Nach dem Spiel In die Küche gehe Und einfach eine Pizza Da liegt Das wäre einfach Top into the notch Aber der 6,1 Kuh Mit der Maske Dem Rhylice Und natürlich Dem Echo Ist 300 EP fast Das ist quasi Fast genauso viel Wie die Armowerwerte Von Wicked Zumindest Wenn er nicht das D drückt Geht da habe ich auch Langsam auf das Zero Portal Was ich nachvollziehen kann Denn gegen ein Zero Hilft nur ein Zero Oha Jetzt kommt der Gang Wieder Der Engage Von Pinoy Der wreckt Natürlich die Leute Dafür ist Twitch Im gefiederten Modus Natürlich da Das überlebt Das überlebt Nicht Wird der kaputt Gequed Auch schöner Cocoon Aber Selvix Reagiert Wunderbar Den QSS Frage ob das Natürlich in der Aktuellen Situation Etwas ändert Ist schwierig Denn man sieht schon Der Fokus Der Kameraleute Ist auf der Sieber Portal Gerichtet Turret würde aber Vergleichsweise schnell Fallen Kuh Hier dabei Noch die Gegner In den Fountain Zu treiben Sie an Ihn zu binden Und ewig Zu leiden Irgendwas in die Richtung Kopenhagen Wolfs Gewinner Nach 26 Minuten Mit einem Phänomenalen 29-12 Gegen Mausports Haben damit die Gleichen Punkte Wie Huma Der Puma Und damit Natürlich Eine Möglichkeit Hier So ein kleines Bisschen zu Eskalieren Na Der Puma Und dann wiederholen wir das.